hallo ihr lieben und herzlich willkommen zur heutigen folge von christinas welt wir gehen auch direkt auf den server ja was haben wir gestern gemacht ich weiß es gerade gar nicht genau wir haben holz gefahren wo ich gerade sehe dass wir hier ein steckholz drin haben und wir wollten den boden dunkel machen heißt wir müssen das jetzt erst mal nur ein steak sondern reichlich machen wir uns doch auch mal reichlich holz für den boden oder und machen doch mal hier ein bisschen schön drinnen immer noch keine leide gemacht ja bald startet das gemeinsame projekt wovon ich schon seit anfang an dieses projektes von am erzählen bin ich weiß nicht ob inzwischen auch sogar schon mehr informationen raus weil ich ja mal vor produzieren sind das heißt diese folge wird er die folge die ich gerade aufnehmen habe ich im letzten jahr aufgenommen also 2014 noch gar nicht so lange aber da ich ja mal vor produziere weil ich ja auch noch einen anderen kanal habe nehme ich mir immer den ganzen tag wo ich einfach alle gameplays vor produziere massig weil wie gesagt ich noch arbeiten hier zwischen bei und dann habe ich einfach kaum zeit weil ich auch noch schneiden muss für den kanal und für den anderen kann man sich alles ein bisschen unter einen hut kriegen und ein bisschen lernen muss ich auch noch für die schule beziehungsweise im mai habe ich abschlussprüfung deswegen muss ich da auch das ist alles ein bisschen kompliziert aber das schaffen wir schon sehr schick das wird so eine richtig schöne alte bude genau und ich wie ich letztes mal gesagt habe eigentlich kann man hier noch mal eine ebene ziehen in der höhe und hier oben die die fläche einfach die kisten und so hinstellen wo man dann hier an der seite mit einer leiter oder so hochkommt dann haben wir unten platz für küche und ofen und alles und oben haben wir dann halt die ganzen kisten weil ich hasse dass ich ich bin so jemand ich sortiere die kisten immer und ich will in jeder kiste in der einen kiste will ich nur essen haben in der anderen kiste will ich nur das haben in der kiste will ich nur das haben und deswegen brauche ich immer einiges an kisten wo ich dann alles rein sortiere und schön mit schildern beschriften mache ich auch immer da findet man einfach alles viel schneller wieder deswegen drei kisten wenn hier nicht reichen irgendwann deswegen braucht man auf jeden fall ein bisschen mehr platz dann wäre das so einfach ein super cooler lagerraum eigentlich so ja das sieht doch schon heimlich aus oder ich bin am überlegen ja ich mache direkt das mit dem dachboden mal ich einfach direkt mal wir haben so viel an äh den steinen noch dass ich das ja fährt mach dich auch dass ich jetzt in der höhe hier sinnvoll oder in der höhe es ist nicht sogar sinnvoll der gott das ist jetzt schwer 1 2 ja ich gehe in die höhe ist auch jetzt egal wenn hier so eine lücke dann über übersteht machen wir einfach mit zu haben wir hier zwar doppelt gebaut aber das macht ja nichts aber dann haben wir hier auf jeden fall einen super coolen dachboden oben drüber wupp 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 wir haben ja genug von den steinen dann können wir eigentlich doch noch mal 44 müsste eigentlich reichen ich weiß ja nicht mehr jetzt haben wir noch 7 das müsste passen wenn ich mich nicht andauernd verbauen würde dann wäre das gar nicht mal so guck mal jetzt sieht das auch hier unten viel cooler aus mit den fenstern dann sind die nicht so verloren dann müssen wir oben machen mit einem auch fenster auf die höhe dann sieht das auch von außen schöner aus die fenster die waren ja so ein bisschen arg verloren in dem riesenhaus das wäre ja schon krass müssen wir warten müssen wir doch noch ein bisschen was brutzeln haben wir da auch noch mal 64 rein ja perfekt kohle haben wir genug genau holz packe ich auch mal in die mitte dann haben wir so einen kleinen überblick was wir alles so an holz haben ausgeleuchtet ist das reicht was ist los mit dir Pferdchen ja es nervt die ganze zeit den sattel anzuhaben oder sieht mit dem armen hier mal das zeug aus oder bin ich vom Pferd gefallen jetzt wahrscheinlich mit dem armen tier doch mal das nervige zeug aus ja so ist gut ne ich guck jetzt noch mal die leine für die leine benötigen wir ähm genau wie ging das noch wir brauchen slime haben wir auch noch nicht ne Mist slime 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 und Fäden haben wir schon Spinnengewebs auch noch nicht dann würde ich sagen wenn wir hier oben das dann fertig gebaut haben uns mal auf die suche machen nach Spinnengewebs einfach mal ne Runde töten und slime ja wo kriegt man slime nochmal am besten her ähm ich bin immer noch am überlegen slime 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 wo kriegt man den nochmal her ja äh ja ich bin immer noch am überlegen deswegen ist es gerade so ein bisschen ruhig aber ich kann hier schon mal in der Zwischenzeit ein bisschen weitermachen ähm Schleim ich bin mir jetzt nicht sicher aber ähm es gibt ja auf jeden Fall also Schleimbälle kommen ja aus diesen Schleimblöcken die sie hüpfen ne aus diesen Slimes aber wo kommen die vor in welchem Biom im Sumpfbiom am Sumpf mhm ja ich glaube schon dass sie ähm 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 schreibt es mir doch vielleicht mal unten in die Kommentare ob ihr wisst wo es genau wo ich am ehesten diesen Slime finde dann ähm ja weil dann ist es einfach besser wenn ich ähm schon mal in den Kommentaren gesagt bekomme wo ich es genau finde und nicht noch erst sinnlos irgendwo rumlaufe deswegen wäre es super wenn ihr mir das schon mal unten in die Kommentare äh schreiben könntet und ähm ja wir bauen noch hier fleißig weiter und gleich auch durch ja passt schon Hilfe was passiert hier boah Pferd ich war glaube ich jetzt ähm auf das Pferd gegangen und war in der Decke eingeklemmt auch super 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 das ist natürlich nicht so klasse gewesen jetzt aber gut ich regeneriere ja trotzdem schnell es ist ja nicht so dass ich nichts zu essen hätte so ich habe gerade ähm Häufigkeit von Schleim ja Mondphasen abhängig in flachen Welten immer ja gut ne Schleimfarm Schleimfarm Schleimfinder ja also in flachen Welten zeitabhängig ja super gut dann weiß ich jetzt schon mal wo die vorkommen könnten aber zu welcher Zeit kommen die am meisten vor schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare das wäre super hilfreich und jetzt bauen wir auch noch mal Holz um uns eine Leiter zu machen oh man ey könnte ich mir habe ich meine Sticks hingebracht habe ich keine Sticks mehr gibt es nicht habe ich keine Sticks mehr dann kann ich ja lange lange warten wenn ich hier keine Sticks mehr habe zwei drei ne so viele Leitern brauchen wir ja gar nicht kommen ja immer drei raus oder hä werden so nicht Leitern gemacht habe ich jetzt einen Fehler im Kopf oder warum geht das nicht habe ich jetzt echt einen Fehler im Kopf ne so geht ja eine Treppe will ich eine Treppe haben will ich echt eine Treppe haben ich weiß es nicht die nimmt so viel Platz weg oder Treppe 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 ne ich will eine Leiter aber eine Leiter ach ich Blödkopf Leiter geht doch nur aus Sticks oder aber ach ich bin so behindert ne also brauche ich mir echt keine Sorgen machen die äh kein Kommentar echt manchmal sind die Rezepte einfach weg oder eine Treppe wäre schon schöner oder oh toll jetzt kann ich möchte nicht entscheiden zwischen Treppe und Leiter super ich nehme doch eine Treppe Mist und zwar so schön hier hoch in der Ecke so richtig schön geh weg jetzt ähm genau kann man aus dem Stein keine machen oh man gibt's doch echt nicht oder kann man aus dem Stein da echt keine Treppen machen warte mal halt die Treppen mein Gott scheitert's jetzt auch nicht dran oder mhm hey blöde Treppe ähm wenn ich hier einen Block hinsetze hier ist die nächste Treppe will ich überhaupt so eine Wendetreppe nö will ich gar nicht sieht auch scheiße aus oh man was tue ich denn hier ich müsste glaube ich erstmal einfach da hoch oder damit ich gucken kann wie ich hier überhaupt mich da guck mal fängt schon an oh hau die Decke weg siehst du dann kann ich mich nämlich hier gar nicht hochbuddeln ach man und dann dieses blöde Pferd andauernd hier im im meine Fresse dieses scheiß Pferd andauernd hier im Rücken erstmal wieder mein Dach hier zu so jetzt reiche hier erstmal die Decke ab ein Stück zumindest ich muss tatsächlich eine Wendetreppe bauen ne warum haut der mir das so krumm wenn ich das unbedingt da dran mann muss ich das wirklich von dieser Kackseite hier also ich werde doch aggressiv ich denke es wahrscheinlich auch was macht die ist sie behindert aber nein finde ich nicht ich schaffe das schon wie ihr seht eine gescheite Wendetreppe zu bauen denn geh weg so ha schau da an gar nicht mal so dumm oder so jetzt kommentieren wir jetzt mal nicht weiter scheiße ja baue ich das Dach jetzt zum Krüppel hier oder äh muss ich doch mal alles abreißen ok also die Folge beschäftigt sich damit eine Treppe zu bauen ähm ja wie gesagt eine Treppe zu bauen die eigentlich nur ähm sehr einfach ist aber ich es nicht hinbekomme aber jetzt haben wir es schon geschafft perfekt war doch gar nicht so schwer war nur war halt nur zu dumm ne so hier ist zu die Treppe geht aber das sieht so scheiße aus kann man wirklich aus dem einen Stein keine Treppe machen dann will ich hier aber auch Dingstein haben dann sieht das behindert aus ne dann will ich da auch Bruchstein haben dann hab ich halt den Bruchstein Treppe und wenn will ich die Treppe komplett ist mir jetzt egal wenn man ne oder ist mir das nicht egal doch es ist mir ne es ist mir nicht egal sieht scheiße aus dann will ich es doch lieber so lassen oder hätte ich so einen Halbslap hinmachen aber ich bin überfordert ich will dass es schön aussieht aber es sieht nicht schön aus ich werde es niemals so hinkriegen dass es schön aussieht aber na gut Pech bringen wir einfach mal die Sachen noch hoch und dann sind glaube ich 15 Minuten schon mehr als zu Ende so 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 Blöcke ne erstmal das Eisenzeug und das Redstone Zeug hier reinpacken den Diamant den Smaragd packen wir hier unten rein Gold und das Natium was ich nicht aussprechen kann dann wird das hier meine neue Blockkiste einsammeln alles so so ähm genau ich glaube wir sind schon lange über die äh 15 Minuten drüber ich bin mir jetzt gar nicht so sicher deswegen ich gucke jetzt einmal auf die Uhr ich will es ja nicht übertreiben denn wir haben ja auch eigentlich schon sehr viel geschafft jetzt und wir sind schon bei 16 Minuten deswegen machen wir das Sortieren in der nächsten Folge und ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen über ein Abo von euch und dann bis morgen ciao